Hallo, Plastik für Nichtchemiker. Was ist eigentlich PE, PP, Styropor, Polystyrol, PA, Polyurethan, Polyester, PVC? Ich wusste es nicht. Ich will das hier mal erklären für Nichtchemiker, damit auch ihr wisst, dass das eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen ist, weil es steht im Namen, was es ist. Als ganz kurze Zusammenfassung, hier haben wir zum Beispiel Polyethylen, da sieht man, das ist zusammengesetzt aus Poly, dem Polymer und Ethylen, was Ethen ist, was bedeutet Ethan und Alken, was einfach nur heißt, dass es eine Doppelbindung ist und es sieht dann so aus. Es ist eine lange Kette aus solchen Dingern hier. Das war sehr schnell, ich weiß. Dann haben wir Polypropylen, das sieht fast so ähnlich aus. Wir stellen fest, das sieht fast so aus wie Polyethylen, nur dass an der Stelle hier kein H ist, sondern ein C und da stehen dann drei Hs dran. Und dann haben wir Polybuten, sieht echt schlimm aus, wie ich es geschrieben habe. Und dann sehen wir an der Stelle, wo eben noch hier ein H war oder dann ein C mit den drei Hs, haben wir jetzt einfach nur ein C und hier drei Hs dran. Oder dann haben wir noch Polystyrol, das sieht fast so ähnlich aus, nur an der Stelle haben wir so einen komischen Ring. Was der bedeutet, das erkläre ich später noch. So und auf geht's. Zunächst mal brauchen wir den Begriff Nomenklatur. Warum brauchen wir den? Damit ihr ein Stichwort oder ein Schlüsselwort habt, nach dem ihr suchen könnt, wenn ihr mal nicht mehr weiter wisst. Was sagt die Nomenklatur? In der Chemie gibt es viele Präfixe oder Sofixe oder Mitfixe oder was für immer Fixe. Und die Nomenklatur sagt, welcher Fix für was, für welche Bedeutung steht. Konkret können wir uns das mal am Beispiel machen. Vielleicht habt ihr schon mal was von Aldehyd gehört, im Chemieunterricht oder sowas. Das ist aus zwei beziehungsweise drei Sachen zusammengesetzt. Wir haben hier zum einen den Alkohol. Dann haben wir hier das D. Wir machen mal hier so einen Strich rein. D steht für sowas wie ohne. Und Hyd steht für Wasserstoff. Also wir haben einfach Alkohol ohne Wasserstoff. Aldehyd. Das sagt uns die Nomenklatur. Okay und mit dem Wissen machen wir jetzt weiter. Und zwar geht's los mit Polyethylen. P-E. Oder eine andere Bezeichnung dafür ist auch Polyethen. Und wir gucken uns jetzt erstmal das an und scrollen mal ein bisschen runter. So. Also wir haben hier auf jeden Fall Poly. Poly steht für Polymer. Und wir wissen natürlich nicht mehr, das ist so eine Art Kette. Wir stellen uns einfach vor, Poly steht für Kette. Poly heißt auch viel. Wir schreiben nochmal viel dazu. Heißt auch viel. Okay, Polyethen. Hier haben wir. Wir haben also eine Kette von Ethen. Viele Ethens. Okay, was ist Ethen? Wir haben hier auf der einen Seite haben wir Ethan. Und auf der rechten Seite haben wir En. Das ist ein Alken. Okay. Das mit der Kette, mit dem Polymer, wie das genau aussieht, wird nachher klar. Deswegen konzentrieren wir uns erstmal auf Ethan. Wir gucken uns erstmal an, was ist Ethan. Und dazu müssen wir wissen, was ist ein Alkan. Also, Alkane. Alkan ist eine lineare Kette von Kohlenstoffatomen, in denen alle Bindungen mit H besetzt sind. Oh, das war gut abgelesen. Man sagt auch, in denen alle Bindungen mit, Entschuldigung, mit H heißt natürlich mit Wasserstoff. Und man sagt auch gesättigt sind. Also besetzt sind, gesättigt sind. Wir gehen einfach mal kurz Beispiele durch. Wir haben hier ein Kohlenstoffatom. Wir wissen natürlich noch aus dem Chemieunterricht, Kohlenstoffatom hat vier Bindungen. Und ich habe gerade gesagt, überall ist ein H dran. Ein Wasserstoff ist überall mit H besetzt. Das ist also ein Alkan. Wir könnten uns jetzt vorstellen, das ist vielleicht noch ein bisschen länger. Ich habe ja gerade gesagt, das ist eine lineare Kette. Okay, so linear muss die gar nicht sein. Scheinbar. Aber auf jeden Fall ist es eine Kette davon. Das heißt, wir könnten uns auch sowas hier vorstellen. Ich mache das mal schneller. Wir haben also einfach nur zwei Cs. Wir könnten auch sowas haben. Oder sowas hier. Okay, das war eine Menge zu zeichnen. Also ihr könnt euch auf jeden Fall vorstellen, was ich hier meine. Es geht also immer so weiter. Ein Alkan ist irgendwas, was einfach so in diese Richtung ganz viele Cs immer mehr Cs. Wir können auch 4000 Cs haben. Das ist auch ein Alkan. So, jetzt haben die Dinger alle Namen. Und zwar das Ding hier, das hat man schon mal gehört vom Pupsen oder so. Methan. Hört mit A-N auf. Das haben wir gerade schon mal gehört. Und das ist Ethan. Ethan hat zwei Cs. Dann haben wir Propan. Kennt man vielleicht noch von Propangas. Da haben wir drei Cs. Und das ist Butan. Habe ich so noch nie gehört. Aber gibt es auch. Wenn es interessiert, hier hinten kommt dann Pentan. Wenn wir fünf Cs haben. Das sind alles Alkane. Wir machen kurz einen kleinen Einschub. Und zwar Einschub mit Zusatzwissen. Wenn man jetzt irgendeinen Stoff hat mit irgendeinem Namen, da kann man da meistens rauslesen, wie viele Cs der hat, wenn wir jetzt von einem Alkan sprechen. Und zwar könnte es sein, dass wir jetzt so eine Kette haben. Ich mache das nur mal kurz hier. Wir haben hier ein H. Und wir haben hier ein C und ein C und ein C. Und die sind natürlich hier auch alle gesättigt. Also das heißt, da hängt überall ein H dran. Hängt überall ein Wasserstoff dran. Hier haben wir wieder ein C. Ich hoffe, ihr hört die Zikaden nicht im Hintergrund. Und dann haben wir hier wieder ein H. Und so geht das weiter. Und sagen wir, wir haben jetzt... Entschuldigung. Sagen wir, unsere Anzahl an Cs ist 4728. Also es ist eine ganze Menge Cs. So, wie nennt man so ein Ding jetzt? Okay, das ist echt schwer. Ich muss gerade ablesen. Erstmal lesen. Okta-Cosa-Heptacta-Tetralian. Tetralian. Ich schreibe das mal hin. Also nochmal. Okta-Cosa-Heptacta-Tetralian. Oh, das ist echt schwierig. Was heißt das? Es gibt so eine Liste im Internet. Wenn ich es hinkriege, verlinke ich das unten nochmal. Da steht dran, wie man das alles aufschlüsselt. Okta steht für 8. Hätte man schon mal gehört. Cosa bedeutet 20. Heptacta bedeutet 700. Und Tetralian. Hölle, Hölle. Bedeutet 4000. Also man liest dann von rechts nach links einfach... Achso, und am Ende immer ein N. Entschuldigung. Also Tetralia ist die 4000. Man liest also von rechts nach links einfach, wie viele das sind. Und das ist, ich weiß nicht, lateinisch? Ein bisschen ein einfaches Beispiel. Sagen wir, wir haben jetzt hier nochmal dieselbe Kette. Also nicht dieselbe, aber eine mit halt weniger Cs. Und diesmal haben wir die Anzahl an Cs, sind diesmal nur 32. Dann würde das ein bisschen einfacher heißen. Dann heißt das Do-Triakonta. Das ist so schwer. Ich muss das auch ablesen. Do heißt 2. Und man könnte jetzt sagen Diakonta. Diakonta steht als 30 da. Triakonta, Entschuldigung, Triakonta. Und zwar, das lässt sich aufschlüsseln als 3. Und Conta ist dann ein Zick. Wie bei 3 Zick. So bezeichnet der Chemiker die Dinger da oben. Also wenn ihr das nächste Mal irgendwas in dieser Form seht, könnt ihr vielleicht, wenn ihr cool drauf seid, schon wissen, was das eigentlich ist. Solange das ein... Entschuldigung, hier fehlt noch ein N, solange es ein Alkan ist. Okay, das war es aber auch zum Random Wissen. Wir gehen wieder weiter. Ich mache weiter nach unten hier. Aber gut, wo waren wir? Wir waren bei Ethan, hatte ich gerade erklärt. Aber wir hatten ja oben... Ich gehe mal wieder zurück. Wir hatten ja gar keinen Ethan, sondern wir hatten ja hier oben Ethen. Also, ich habe jetzt erstmal Ethanik... Was ist Ethen? Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben jetzt die Alkane durch. Jetzt gehen wir zu den Alkenen. Okay, ein Alken. In einem schönen N. Ein Alkenen ist einfach nur ein Alkan mit Doppelbindung. Wir holen uns mal gerade die Dinger von da oben runter. Wenn ich alles richtig verstanden habe, gibt es kein Methen. Also, das können wir hier löschen. Okay, wir gucken uns das an. Das war eben noch... Entschuldigung, das war eben noch Ethan. Jetzt machen wir hier einen zweiten Strich dran. Dann ist es Ethen. Jetzt haben wir aber einen zweiten Strich. Das heißt, wir haben ein H weniger. Und dann sieht das so aus. Und nein, das war natürlich noch nicht alles. Wir haben natürlich auch auf der Seite hier... Der hat ja auch jetzt eine Doppelbindung. Muss also hier auch ein H weg. Das heißt, das ist Ethen. Und da das grausam aus, da schreiben wir das nochmal. So, hier sind wir bei Ethen. Jetzt wissen wir, was Ethen ist. Aber weil wir gerade dabei sind, gucken wir uns den Rest auch noch an. Wie gesagt, einfach nur eine Doppelbindung. Das heißt, wir hatten hier Propan. Das war noch Propan eben. Und jetzt wird es zu Propen. Dadurch, dass ich es so schlecht schreibe, sieht beides aus wie Propen. Also jetzt wird es zu Propen. Wir brauchen eine Doppelbindung. Und zwar können wir das hier als Doppelbindung machen. Das Ding hier. Und dann muss natürlich hier ein H weg. Dann muss natürlich auch hier ein H weg. Und das dann schön sieht so aus. Wir haben also einfach nur eine Doppelbindung. Und dafür fällt das H weg. Und ihr könnt es euch schon denken. Wir können hier genau dasselbe machen. Ich kann es dann nachher nochmal schön hinzeichnen. Aber ich kann es mir auch sparen. Auch hier fällt einfach ein H weg. Und auch hier muss natürlich entsprechend ein H weg. So, jetzt ist aber was Besonderes. Und zwar, wenn wir ein Ethen haben. Wenn wir das mal so. Ich mache mal nochmal Zusatzwissen hier. Wenn wir ein Ethen haben, dann kann die Doppelbindung nur an einer Stelle sein. Das ist also nicht so wichtig. Aber wenn wir jetzt Propan haben hier. Dann kann die Doppelbindung ja hier links sein und in der Mitte. Rechts ist im Grunde wie links. Nur von der anderen Seite geguckt. Das müssen wir also auch noch irgendwie bezeichnen. Propen kann also erstmal die Doppelbindung hier und die Doppelbindung hier sein. Da müsste ich jetzt nochmal genau gucken. Bin ich mir unsicher. Ob das nicht in der Chemie automatisch als Doppelbindung hier verstanden wird. Da müsste man nochmal nachgucken. Jedenfalls. Um zu sagen, wo die Doppelbindung ist, schreibt man manchmal die Nummer davor. Also zum Beispiel 1 Propen. Oder 2 Propen. Das bedeutet dann, die erste Bindung ist eine Doppelbindung. Oder die zweite Bindung ist eine Doppelbindung. Also 2 Propen wäre dann Doppelbindung hier in der Mitte. Und 1 Propen wäre Doppelbindung hier. Am Anfang. Man könnte auch sagen, Prop 1 En. Oder Prop 2 En. Mit Bindestrichen dazwischen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich sagt. Aber das stand so im Internet. So und jetzt gucken wir uns hier Buten an. Wir haben hier nämlich mehrere Möglichkeiten. Auch hier wieder Buten kann dann vermutlich mehreres bedeuten. Also Doppelbindung hier, hier oder hier ist also nicht direkt festgelegt. Achso, wobei Buten hat ja auch nur zwei Möglichkeiten. Weil das ist ja auch nur hier. Die zweite ist ja genauso wie die dritte von der anderen Seite gesehen. Also auch hier haben wir 1 Buten. Oder 2 Buten. Das wäre dann, 1 Buten ist Doppelbindung hier. 2 Buten wäre Doppelbindung hier. Und auch hier wieder, äh, muss ich das schreiben, Buten wird wohl scheinbar, ich glaube nicht, dass das jemand so sagt, aber steht bestimmt irgendwo in Chemiebüchern oder so. Aber gut, das ist wieder soweit zum Wissen, was man vielleicht niemals braucht. Wir wollen weitermachen. Jetzt sind wir endlich an einem Punkt, wo wir was erreichen können. Also wir wissen jetzt von vorher noch, PP ist Polyethylen. Beziehungsweise wir nehmen erstmal Polyethen an der Stelle. So. Wir wissen, Polyethen sieht so aus. Ethen ist ein Alken, hat also eine Doppelbindung. So. Das ist ein Ethen. So. Wir wissen, Poly ist eine Kette. Also viele. Entschuldigung für die schlechte Schreibweise. Das heißt, wir haben die ganz viele. So. Wie sieht also jetzt Polyethen aus? So. Und so weiter. Und auch hier und so weiter. Am Ende steht dann irgendwann die drei Hs hier dran. Und auch auf der anderen Seite. Ich weiß, jetzt kommen wahrscheinlich direkt schon Fragen auf, aber erstmal hier das zu Ende. Wichtig ist, bei Polyethen, es ist eine Kette aus immer zwei so Dingern. Also man schreibt es dann so. Man schreibt also nicht das Ganze hin, sondern man schreibt hier CC, H, 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 H. Und hier unten dann das N mit der Klammer. Das heißt, dass dieser Teil sich immer wiederholt. Und also es wird immer hier in diesem Zweierpack gesehen. Das heißt, es ist auf jeden Fall, ups, eine gerade Anzahl an Kohlenstoffatomen. Okay, jetzt kommen aber bestimmt Fragen auf. Ich schreibe das hier mal mit der 1 dran. Ich habe keine Antwort auf die Fragen, aber ihr habt bestimmt dieselben Fragen. Wenn ich eine Antwort finde im Internet oder wenn irgendeiner von euch die Antwort kennt und sie in den Kommentaren schreibt, dann werde ich sie in die Videobeschreibung mit einfügen. Unter dem Stichpunkt 1. Zum Beispiel. Das Ding heißt doch Polyethen. Wo ist denn jetzt die Doppelbindung hin? Müsste das nicht dann Polyethan heißen? Hm. Meine Vermutung ist, es geht darum, dass das Ding aus Poly... äh, aus Ethen gewonnen wurde. Also das ist eine Kette aus Dingen, die vorher mal Ethen waren. Und jetzt sehen sie halt zufällig aus wie Ethan. Das ist das eine. Und wenn wir uns nachher Polypropylen angucken, dann wird das vielleicht mit der Doppelbindung ein bisschen klarer. Und eine andere Frage könnte sein, Moment mal, Moment mal. Das ist doch hier einfach nur eine lineare Kette an Kohlenstoffatomen, die alle mit Wasserstoffatomen gesättigt oder besetzt sind. Ist das nicht einfach nur ein Alkan? Also ist das nicht einfach so ein Ding, wie ich hier eben erklärt habe, hier sowas in die Richtung? Ja, für mich sieht es so aus. Ich weiß es nicht. Wenn jemand die Antwort kennt, man möge sie mir schreiben. Ich werde sie in die Videobeschreibung einfügen. So, und weiter geht's. Aber jetzt wird das Ding nicht nur Polyethen, sondern meistens sogar Polyethylen genannt. Warum ist das jetzt Polyethylen? Hier ist also wieder irgendwas Nomenklaturmäßiges dran. Und zwar ist das ein Methyl. Beziehungsweise die Ü-L... Das Ü-L-Suffix sagt, wo die Methylgruppe dranhängt. Ich mach hier mal sicherheitshalber eine 2 dran. Ich sag mal, ich bin mir 90% sicher bei dem, was ich gerade sage. Aber das Problem ist, die Chemiebücher und Seiten halten sich sehr beschränkt in Bezug auf konkrete Aussagen in diesem Thema, weil das scheinbar für die alle ganz normal ist. Jedenfalls die Methylgruppe. Erstmal, was ist die Methylgruppe? Die Methylgruppe ist CH3. Und zwar könnte das dann so aussehen. Und ihr seht schon, ich hab das extra hier hingezeichnet. Das ist nämlich genau das Ding, was hier nämlich... Wie mach ich denn das? Also, ich mach mal so hier. Ist ja dasselbe. Und auf der anderen Seite ist es ja auch... Und wenn wir jetzt sagen, ich verbinde das hier mal gerade so zu dem H. Wenn wir jetzt sagen, das ist hier das Ethen, dann hängt ja an diesem Ethen hier das Methyl dran. Was bedeutet, an dem Ethen hängt ein CH3 dran. Und deswegen kann es auch Polyethylen genannt werden. Wir können das ja mal kurz aufschreiben, nur dass es hier auch als Text steht. Also die mit das Ü, das Ü-L-Suffix, bezeichnet die Methylgruppe. Okay, jetzt sind wir schon ganz schön weit gekommen. Das war viel Text. Wir gucken uns noch mal ein bisschen mehr zum... Äh, dann noch den letzten Rest zum Polyethylen an. Wir brauchen nicht so viel Platz. Was man noch viel sieht ist, ähm... P-E-H-D. Das habt ihr... Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört, das ist jetzt nicht so schwer. Oder oft als H-D-P-E. Dann gibt es noch P-E-L-D. Nein, das ist nicht High Definition und Low Definition. Wäre aber auch irgendwie geil, oder? Okay, das erste ist Polyethylen High Density. Muss ich das hinschreiben? Also hohe Dichte. Das nächste ist dann die Low Density. Das ist dann die niedrige Dichte. Hohe Dichte erreicht man, wenn diese... Wir gehen wieder ein Stück nach oben. Polyethylen. Polyethylen ist ja hier so eine ganz lange Kette aus C und H. So, und wenn die... Die Ketten können natürlich jetzt beliebig sein. Die können so sein, die können so sein, die können so sein. Also, es ist... Ja. Die können verschieden angeordnet sein. Und bei der High Density sind die relativ gerade angeordnet, sodass relativ wenig Platz zwischen denen ist. Bei der Low Density sind die relativ stark verzweigt. Ich hoffe, ich mal hier jetzt kein Quatschen. Aber es müsste... Ich stelle mir das ungefähr so... Okay, das ist irgendwie doof. So. Jedenfalls, sie sind stark verzweigt. Hm, ich weiß es nicht so vielleicht. Es ist also viel Zwischenraum dazwischen. Also haben sie relativ wenige Dichte. Niedrige Dichte. Das heißt auch, zum Beispiel, wenn man LDPE in Wasser tut, dann schwimmt das oben. Wenn man HDPE in Wasser tut, dann geht das unter. Ich weiß nicht mehr, was LD heißt. Aber es ist auch sowas in die Richtung. Und hier sind wir bei... HMW ist High Molecule Weight. Eigentlich kann man das auch auf Wiki ganz leicht nachgucken. Das finde ich noch ganz interessant. Da sind die Ketten extrem lang. Also, das ist jetzt eine Kette zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt realistisch ist. Aber auf jeden Fall, eine Kette ist ja lang. Deswegen ist das dieses Molekül, dieses Kettenmolekül, hat dann halt ein sehr hohes Gewicht. Okay, eigentlich war das auch Zusatzwissen. Aber wir können es ja auch mal so schön einrahmen hier. Aber zumindest HDPE und LDPE sieht man eigentlich ganz oft. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, LDPE, HDPE ist im Grunde nur Polyethylen. Ich sage das zu oft. Mit verschiedenen angeordneten Ketten. Okay, damit ist Polyethylen geschafft. Wir scrollen mal ein bisschen runter. Und ich glaube, ich stoppe mal das Video und mache das in den zweiten Teil rein.